Die Josefine Josie Klee und heute ist sie zu Gast, ich freue mich sehr, Lena Konzendorf. Wie geht's dir und wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt probiert haben, aber jetzt bin ich da und hab Zeit für...